Moin Leute und was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Produkttester. Über diese Woche haben mich drei Gewinne erreicht. Und welche das sind, möchte ich euch zeigen. Ich fange mit dem kleinsten an. Und zwar das ist einfach nur so eine Getränkeflasche von der AOKA. AOKA konnte man bei einem Gewinnspiel mitmachen. Ich glaube, 1000 oder 10.000 haben da gewonnen. Und ich bin einer von denen. Das ist mir für eine Fit-Challenge gedacht. Das ist sehr schön. Freue ich mich auf jeden Fall. Darüber dann starte ich jetzt hier mal mit dem Mittelding. Ich gucke nur, dass keine Adresse zu sehen ist. Da bin ich schon gespannt, was zu können ist. Erstmal irgendwas Luftdichtes verpackt. Das habe ich bei einem Facebook-Gewinnspiel gewonnen. Und das ist auch, ihr könnt es schon sehen, McDonalds-Klas. Das ist McDonalds-Coca-Cola-Klas und ich glaube, es ist sogar von 2020, also von letztem Jahr. Da gab es Gegenbogen, Türkis, Rot, Blau, Pink und Grün. Und ich habe jetzt hier das Blaue. Und wahrscheinlich nochmal ein Blaues oder so. So, hier habe ich zweimal Blau gewonnen. Bin ich auf jeden Fall schon mal etwas zufrieden. Kann ich gut gebrauchen. Krise kann man nämlich nie genug davon haben. Deswegen, dann hat mich hier noch eine für zwischendrin Masse. Gerade habe ich noch eine Gratis-Probe erreicht. Das ist Perfüm. So wie ich gehe ich sogar für faul, ja. Ich warte, dann habe ich hier noch einen großen Gewinn. Das ist von Allnatura. Sehr geehrter Herr Produkttester, herzlichen Glückwunsch. Sie haben an unserem Gewinnspiel Engagement für mehr Fairness teilgenommen. Eines von 100 Gewinnpaketen mit fairen Produkten von fair Altona Partner gewonnen. Bei Altona setzen wir auf wertvolle Partnerschaften, stehen für faire Preise ein und handeln sozial verantwortlich. Gemeinsam mit Ihnen und unseren Partnern kümmern wir uns um konsequente, weiter und ein nachhaltiger Fairness miteinander von Bio-Bauernhöfenverein. Waren Handel und Handel. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gewinn her. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Altona. Freue ich mich sehr, dass ich da gewonnen habe. Und wenn ich das jetzt mal so sehe, haben die mich als 40. Gewinner. Weil da steht 40. und mein Name. Das heißt, erstmal kommt hier so viel Kleinstemis und dann hole ich mal das Paket raus. Wo soll es eigentlich sein? Moment, ist es schwer, ist es schwer. Ach du heiliger Bing, kommst du schwer? Dann erstmal das wieder weg und schauen, was da drin sein wird. Ich habe noch nicht reingeguckt, nur die Pakete geöffnet. Oha, es geht schon mal schwer aus, aber es geht. Okay, okay. Dann holen wir mal das erste hier raus. Das sieht mir nach. Heyo, Peanut Butter Schoko Crunchy. Ein Müsli. Nicht übel. Als nächstes kommt noch ein Müsli. Heyo, die sozialen Müsli Rösterei. Kokosnuss, nochmal ein Müsli, okay. Ich glaube, ich habe vier Müsli gewonnen, so wie es ausschaut. Heyo. Noch ein Schokomüsli. Und nochmal ein Müsli. Mit Salz und so. Und dann habe ich hier noch ein paar, ähm, Ja, Heyo. Das ist von Heyo, wie es ausschaut. Nur Müsli, auch nicht übel. Ich vermute, jeder hat dasselbe. Wenn das stand, eins von 100 Fairness Paketen. Vermute ich, dass das jeder bekommen hat. Das sieht schon mal sehr gut aus. Müsli kann man immer gut gebrauchen. Und, ja, hier ist noch so ein Beipackzettel dabei, ja. Ich freue mich sehr, dass ich das Paket gewonnen habe. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lassen könntet. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.